Horror-Crash in Südchina. Hier verschlingt ein Erdloch einen LKW. Der Fahrer eines Kieslasters erlebt auf einer Straße eine böse Überraschung. Plötzlich tut sich ein Senkloch auf, reißt den Lastwagen blitzschnell in die Tiefe. Messungen deuten darauf hin, dass die eingestürzte Fläche etwa 30 Quadratmeter groß und etwa 4 Meter tief ist. Verletzt wird bei dem ungewöhnlichen Unfall niemand. Das Gelände wird sofort gesichert und abgesperrt. Rettungsfahrzeuge treffen ein, um den Einsatz zu unterstützen. Die Behörden führen außerdem eine Katastrophenuntersuchung in der Umgebung durch. Die genaue Ursache des Vorfalls wird derzeit noch ermittelt. ENDE Die Gäste des Vorfalls wird derzeit noch erinnert. Untertitelung des ZDF, 2020